Grüß Gott. Wir würden gerne auschecken, bitte. Das eh, Frau Meixner. Ja, schön. Ich hoffe, Sie haben ein wunderbares Wochenende gehabt bei uns. War alles zu Ihrer Zufriedenheit? Alles bestens. Dankeschön. Das freut mich zu hören. Dann schauen wir mal, was Sie alles gehabt haben. Das waren jetzt zwei Nächte in der Kini-Suite, zweimal Frühstück, ein Abendessen und dann haben wir aus der Minibar noch zweimal Spirituosen. Ähm, Minibar? Schatzi, du vielleicht? Ja, du weißt doch, dass ich nichts trinke. Ähm. Ah, ich glaube, ich habe oben mein Ohrring verloren. Kannst du bitte auf dem Zimmer bitte nochmal nachschauen? Ja, aber Schatzi, wir müssen doch jetzt endlich... Bitte. Ja, gut, dann schau ich schnell. Ich bin gleich wieder da. Ja, also die Sache mit der Minibar, vielleicht kann ich Ihnen das so zahlen? Also ich meine, mit einem 50er könnte man doch die Sache bestimmt von der Rechnung streichen, oder? Das war einfach ein Fehler und mein Mann, der muss davon gar nichts merken. Wissen Sie, ich habe da so einen Besuch gehabt, während er auf dem Kongress war. Und ja, das kann schon sein, dass der da während ich in der Dusche bin. Ich weiß es schon. Ja, dann sagen wir das mit der Minibar. Das war ein Fehler. Ja, ja. Nix zum Finden. Ja, dann habe ich ihn vielleicht doch schon ins Schmuckkastl reingelegt. Ja, jetzt pass auf. Du gehst jetzt ins Auto für ihn und schaust dann in Ruhe nach und ich mache den Rest da. Okay, dann gehe ich einfach schon mal vor. Genau. Wiederschauen. Wiederschauen, Frau Meixner. Und einen wunderschönen Tabak, gell? Lieber Herr Kumpfmüller, das ist wegen der Minibar. Können wir das nicht so von der Rechnung streichen und ich zahle das auch so? Also mit Trinkgeld natürlich inbegriffen. Trinkgeld oder Schweigegeld? Ja, ich war gestern auf dem Kongress und bin mit ein paar Kollegen da noch in eine Bar gegangen und normalerweise trinke ich ihn ja. Meine Frau hat ja das dick, die mag das nicht. Dann sind wir da. Irgendwie versumpft und so. Und ja, jedenfalls bin ich dann ab sofort zurückgekommen und da habe ich wahrscheinlich noch die zwei Schnaps drungen. Gut, dann streichen wir das und das war vermutlich ein Fehler mit der Minibar. Genau, super. Dankeschön. Dann haben wir das hiermit auch schon korrigiert. So, dann hätten wir einmal 320 Grad aus. Bar oder mit Karte? Mit Karten bitte. Sehr gerne. So, Dala. Jawohl. Eintragen. Wunderbar, dann sind wir es, oder? Genau. Vielen Dank nochmal. Wiederschauen, Herr Meixner. Und beheern Sie uns bald mal wieder. Ja, ja. Gerne. Servus. Wiederschauen. Wiederschauen. Du, waren das die aus der Kiniswit? Ja, warum? Weil denen wollte ich euch die Minibar noch nachfüllen, bevor sie abhauen. Ich habe mir nämlich gestern nach der Arbeit mit der Moni noch einen genehmig Geht? Aha. Da hat es leicht den Ärger gegeben als mit dem Dabrechner. Ja, Ärger. Also, ich habe es dann schon irgendwie hingewechselt, aber das war nicht einfach. Danke großen Leid. Da hat wieder was gut bei mir, gell? Hab ich einen tollen Job. Wenn man so viel Leid glücklich machen kann, ohne dass man wirklich was tut dafür. Ich habe einen tollen Job, wenn man so viel Leid glücklich machen kann, die Bayern-Komödie wird unterstützt durch die Pagate-Landbrauerei Schönraub.